UNITY, 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 that's a unity. Radikale Solidarität fängt für mich immer mit Zuhören an. An sozialen Netzwerken wie Twitter hat mich das immer fasziniert, dass ich auf super einfache Weise Einblicke in andere Lebensrealitäten erhalten kann, bloß indem ich bewusst marginalisierten Menschen folge und lese, was sie erleben und welchen alltäglichen Struggles sie so ausgesetzt sind. Und in Print und Fernsehen ist das meiste davon völlig unsichtbar, da finden diese Realitäten einfach so nicht statt oder wenn, dann gefiltert durch die Interpretation der JournalistInnen, die viel zu oft anstreben, in einer versuchten Neutralität dann irgendwie beide Seiten darzustellen und damit letztlich gesellschaftliche Machtmechanismen fortwirken lassen, in denen marginalisierte mehr so ein Set-Dressing einer Kontroverse sind, aber es gar nicht darum geht, sie zu empowern und ihre Stimmen zu verstärken. Das passt vielleicht einfach nicht zu dem, was man unter Journalismus versteht, aber ich glaube, dass radikale Solidarität gar nicht wirklich neutral sein kann, sondern immer parteiisch sein muss gegen die Ungerechtigkeiten und für die davon Betroffenen. Auch für mich selbst ist Social Media ein wichtiger Weg, um mich und meine Struggles als polyamore, lesbische Transmutter in dieser Gesellschaft mitzuteilen und Solidarität von anderen zu erleben. Das kann auch schon ein Like oder ein lieber Kommentar auf Twitter sein, weil es mir zeigt, ich spreche nicht in einen leeren Raum hinein, sondern werde gesehen und gehört, schon weit bevor wir uns politisch miteinander organisieren, sind es solche einfachen Rückmeldungen auf Social Media, die mich tragen können und irgendwie zum Weitermachen motivieren, dass ich das weiter teile, dass ich weiter laut bin dort, so wie ich es halt sein kann. Ich denke, Aktivismus lebt von so positiven Rückmeldungen. Aber dass wir uns organisieren, darf dann natürlich nicht fehlen, sonst wird es irgendwie nicht konkret. Sonst ist der Impact irgendwie nicht da. Mich hat das zuletzt total frustriert, wie wenige Menschen sich daran beteiligt haben, als es um die Ersetzung des sogenannten transsexuellen Gesetzes durch ein zeitgemäßes Selbstbestimmungsgesetz ging. Ich finde, Solidarität muss mehr als ein Lippenbekenntnis sein, sondern muss eben auch bedeuten, dass wir füreinander einstehen und für unsere jeweiligen konkreten Ziele miteinander kämpfen. Und ja, da will ich bei mir selbst anfangen und versuchen, das mehr zu machen. Macht ihr mit? Ich finde, das ist die richtige Frage bei radikaler Solidarität. Macht ihr mit?